Wie war eigentlich die Situation der Frauen im 19. Jahrhundert? Tja, also nach allem, was ich so rausbekommen habe, war das nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Ehrlich gesagt, Frauen hatten ganz, ganz wenig Rechte, fast gar keine. Am besten dran war noch, also auch wirtschaftlich waren Frauen, wenn sie verwitwet waren, dann hatten sie immerhin noch Bestimmungsrechte, was ihr Einkommen angeht. Alle anderen Frauen, ja, ob ledig, alleinstehend, verheiratet, da musste es immer der Mann entscheiden. Also im Zweifel war das natürlich der Ehemann, gab es keinen, dann war das der Bruder, der Vater, weiß der Kuckuck, vielleicht sogar noch der Cousin. Also Frauen waren da im Grunde genommen die Hände gebunden, die konnten nicht viel machen. Die Männer waren im Äußeren unterwegs, also im öffentlichen Leben. Frauen waren für das Haus zuständig, für die Familie und waren sozusagen sehr eingeschränkt in ihrem Wirkungskreis, was natürlich oft sehr schade war. Also Frauen waren ja genauso talentiert wie heute, konnten nicht wählen, konnten nicht zur Universität gehen und so weiter. Also sehr, sehr limitiert in ihren Möglichkeiten. Und zum einen finde ich das total interessant, weil wir bis heute von diesem 19. Jahrhundert beeinflusst sind, von diesem bürgerlichen Jahrhundert, was die Situation der Geschlechter angeht zum Teil. Und zum anderen finde ich das total interessant, weil ich auf Frauen stoße, die wirklich gelebt haben, die innerhalb ihrer beschränkten Möglichkeiten versucht haben, diese Grenzen zu sprengen. Und dass es tatsächlich passiert, das finde ich so eindrucksvoll, ja, das macht ja auch bei mir manchmal so richtig so eine kleine Gänsehaut nochmal aus. Das habe ich mir dann eben nicht ausgedacht, sondern das ist tatsächlich passiert und das beeindruckt mich. Vielen Dank.